Das Scherwundgeld Die fiktive Krone Im letzten Beitrag haben wir die Rahmenbedingungen festgelegt. Es wird Zeit, das Geld unter die Menschen zu bringen. Wo beginnen wir? Folgen wir den historischen Beispielen. Mittellöhner Um das Geld in Umlauf zu bringen, werden von der Gemeinde einige Bau- und Sanierungsaufträge vergeben, die mit der fiktiven Krone bezahlt werden. Die ersten, welche das Geld in die Hände bekommen, sind also regional ansässige Bauunternehmer. Diese verorten wir in der Einkommensgruppe der selbstständigen Mittellöhner. Der Hauptauftragnehmer hat natürlich Kosten. Er bezahlt mit dem Geld zunächst den Subunternehmer, der mit dieser Arbeit beauftragt wurde. Dass in der Realität auf diesen Subunternehmer noch drei weitere Folgen bis wirklich Arbeiter tätig werden, ignorieren wir für dieses Beispiel. Für das Geschäft ist ein Vertrag ausgehandelt und der Preis ist festgelegt. Um den Schwund nicht von seinem Gewinn abziehen zu müssen, überweist er rechtzeitig. Auch der Subunternehmer hat durchblicken lassen, dass er den Schwund nachfordert, sollte das Geld wegen einer zeitlich ungünstigen Überweisung an Wert verlieren. Da der Subunternehmer die Leistung erbringt, für welche der Hauptauftragnehmer das Geld erhält, besteht hier eine vorübergehende, umgekehrte Abhängigkeit. Andererseits besteht auch seitens des Subunternehmers eine gewisse Abhängigkeit bezüglich Aufträgen, die ihm der Hauptauftragnehmer regelmäßig vermittelt. Niemand will hier einen Verlust hinnehmen, besonders weil 2% bei diesen Summen nicht unbedeutend sind. Das Entgelt für diesen Auftrag liegt als Buchgeld vor. Der Unternehmer veranlasst, seine Angestellte, die ebenfalls bezahlt werden will und zu den niedrigen Löhnern gehört, die Bezahlung für den Subunternehmer zügig anzuweisen. Danach werden die Kosten für das eigene Unternehmen verbucht. Um nicht mehr von dem Schwundgeld anzusammeln, als bis zum Monatsende erforderlich und dadurch Verlust zu erleiden, werden einige kleinere, schnell umsetzbare Investitionen getätigt. Hier kann der Unternehmer den Wert noch am ehesten ausnutzen. Langfristige oder größere Investitionen in die Ausstattung des Unternehmens, zum Beispiel Maschinen, werden weiterhin über Kredite finanziert. Einnahmen fließen dann gegebenenfalls auch in die Kreditrückzahlung und werden vom Schwund nicht berührt, da sie ohnehin monatlich fällig sind, falls nicht anders vereinbart. Auch die Kreditsumme für Anschaffungen berührt das Konto des gewerblichen Kreditnehmers gegebenenfalls nur kurz und fließt zügig in das Vermögen des Anbieters. Es gibt örtlich kein Unternehmen, das solche Maschinen herstellt, daher sind bei der Bezahlung der Maschinen zusätzlich 5% an Umtauschgebühr fällig, die der Unternehmer zusätzlich aufnehmen muss und deshalb ist er mit solchen Anschaffungen zögerlich. Doch ein Betrieb, ein Unternehmen, lebt nicht vom Umsatz allein. Für ihn als Geschäftsmann ist es günstiger, das Geld mittelfristig überregional in Fremdwährung zu veranlagen. Entsprechende Angebote aus anderen Regionen bleiben nicht aus. Ein erhoffter Effekt von regional bzw. Schwundgeld tritt damit nicht oder nur teilweise ein. Das Geld bleibt in dieser Einkommensschicht eher nicht in der Region. Die Vermögen dieser 10% wandern in andere Regionen ab. Werden durch den Schwund mehr Investitionen getätigt oder schneller? Zunächst nur kleinere. Ob Zins oder Gebühr, der Unternehmer muss weiterhin mehr zurückzahlen, als er an Kredit angefordert hat. Einige Banken verlangen die Gebühr bei der Kreditnahme. Andere haben das so geregelt, dass sich der Kredit lediglich verlängert. Das Schwundgeld hat Investitionen verkompliziert, womit eher Zurückhaltung herrscht. Nur in bestimmten Bereichen wird das Geld etwas schneller ausgegeben. Kommt es durch den Schwund und der versprochenen beschleunigten Zirkulation zu mehr Umsatz? Das sehen wir noch. Überschüsse werden nicht mehr als üblich reinvestiert, sondern außerhalb des Kronenbereichs veranlagt. Natürlich könnte der Unternehmer höhere Löhne zahlen, um den Schwund zu mindern. Das würde aber sein Vermögen nicht mehren. Und er ist ja nicht Unternehmer geworden, um anderen sein hart verdientes Geld zu überlassen. Weil nichtgewerbliche Baukredite auf dem Konto des jeweiligen Kreditnehmers dem Schwund unterliegen, sind Aufträge an Privatbauten, also nichtgewerblichen Aufträgen, zurückgegangen. Private Baugelder werden nicht als zügiger Durchgang an ein Bauunternehmen vergeben, sondern Stück für Stück an verschiedene Unternehmen gezahlt. Zunächst an Architekten und Statiker. Danach an das Unternehmen, welches den Rohbau fertigt und den Fensterbauer. Danach kommen verschiedene Handwerksunternehmen. Elektriker, Installateur, Gipser, Fliesenleger. Der Kredit zählt so lange als Guthaben des Kreditnehmers und unterliegt dem Schwund, bis er aufgebraucht ist. Für private Kreditnehmer wird der Kredit also teurer. Daher bauen vor allem die Gemeinde und Großunternehmen. Großunternehmen zahlen aber weniger mit Regionalgeld als mit Fremdwährung. Daher hat der Unternehmer außerhalb des Kronenbereichs noch ein Geschäftskonto eingerichtet. Da es in unserem Beispiel nicht nur ein Auftrag ist, die Gemeinde will ja mit diesem Geld Eindruck machen, fließt weiter Geld ins Unternehmen. Solange die Stadt so spendabel ist, überlegt sich der Unternehmer, seine Preise leicht zu erhöhen. Damit könnte er die 5% Aufschlag etwas ausgleichen. Privates Er selbst behält sich pro Auftrag seinen errechneten Gewinn. Er hat sich bereits überlegt, ab wann es sich auch privat rentiert, die 5% Aufschlag zu zahlen, den Gewinn in Fremdwährung einzutauschen und in eine Steueroase zu transferieren. Sein Vermögen wächst nicht bedeutend langsamer. Er selbst veranlagt eher in Fremdwährungen und Edelmetalle und sucht sich einen Alterssitz in einer anderen Region. Er überlegt auch bereits jetzt seinen Wohnsitz zu verlagern, seinen Firmensitz eventuell auch. Die zusätzlichen Umstände mit dem Schwund sind mühsam. Nach einem Jahr Der Unternehmer hat einige kleinere Investitionen getätigt. Größere stehen aus, deren Kapital allerdings außerhalb der Region veranlagt ist. Das Geld wird erst kurz vor Bedarf in Regionalgeld getauscht, falls erforderlich. Die meisten Investitionen tätigt er aber ohne Schwundgeld. Es ist leichter und angenehmer, Firmen außerhalb des Schwundgeldbereichs zu beauftragen. Ein guter Teil von dem, was er für seinen Betrieb braucht, ist in der Region nicht erhältlich. Die Auswirkungen des Schwundgeldes sind im Alltag weit geringer als erwartet. Er verliert irgendwas zwischen 60 und 120 Kronen pro Monat bei knapp 3.500 Kronen monatliches Nettoeinkommen. Seinen Wohnsitz hat er nicht verlegt. Zusammen mit dem Subunternehmer nimmt er die Überweisungen so vor, dass die Arbeiter den Schwund tragen. Das hat allerdings zu einigen Unruhen mit den Gewerkschaften geführt. Doch eine echte Handhabe gibt es nicht. Bevor wir zum Subunternehmen kommen, werfen wir noch einen schnellen Blick in die Bank. Die Sekretärin des Bankers beispielsweise gehört ebenfalls zu den Mittellöhnern. Sie ist allerdings angestellt und erhält als Lohnabhängige ihr Einkommen monatlich und zwar in Kronen. Sie hat einen höheren Lebensstandard als andere Lohnklassen. Dieser besteht in Eigentum, welches höhere Kosten verursacht. Trotz dieser erhöhten Kosten ist sie in der Lage, einen Teil ihres Einkommens zu veranlagen. Damit der Schwund jedoch nicht zum Tragen kommt, ändert sie diese Veranlagung in Fremdwährung. Die einmalige Abschlagszahlung bei der Umwandlung heben sich durch die Rendite zeitnah wieder auf. Da die Veranlagung häufiger aufstockt, wird der Abschlag schneller verkraftet. Ihr Kaufverhalten ändert sich durch die Einführung des Schwunds nicht. Es besteht keine Notwendigkeit, dass sie genügend Einkommen hat und der Schwund keinen Mangel generiert. Dennoch überlegt sie, zum Pendler zu werden, weil sie der Schwund ganz einfach nervt und verunsichert. Ihr Vorgesetzter, der Banker, zählt eindeutig zu den Hochlöhnern. Er ist allerdings ebenfalls Lohnempfänger. Er ist nicht Bankbesitzer, sondern lediglich Verwalter. Er ist Gebietsleiter der Region und arbeitet für einen größeren Bankkonzern. Er wird nicht in fiktiven Kronen bezahlt, sondern in Fremdwährung. Er wandelt sein Einkommen lediglich bei Bedarf in Kronen und überweist dieses auf ein eigenes Konto. Die Bank erhält und verwaltet Einnahmen von einem Teil der Unternehmen der Region sowie Spar- und Lohnkonten. Banken selbst sind Unternehmen. Für sie gelten zunächst die gleichen Bedingungen wie für alle Unternehmen. Das bedeutet, auch ihr Vermögen in der Regionalwährung unterliegt einem Schwund. Doch sie hat andere Möglichkeiten. Zudem arbeitet sie mit gewaltigen Summen. Ihr bleibt eigentlich kaum eine andere Wahl, als die Gelder trotz des Abschlags von 5% regelmäßig in Fremdwährung zu tauschen. Ansonsten wäre der Schwund erheblich. Erhöht ist übrigens auch der Energieverbrauch, weil die Rechner für jedes Konto zusätzliche Arbeit leisten müssen. Für den einzelnen Rechner und ein einzelnes Konto kaum spürbar, akkumuliert sich das in der Summe zu einem nicht unbedeutenden Betrag, der sich in erhöhten Energiekosten ausdrückt. Privates Der angestellte Hochlöhner bleibt vom Schwundgeld weitgehend unbeeindruckt. Sein Vermögen liegt im Ausland und die knapp 300 Kronen Verlust stören ihn bei rund 7500 Kronen monatlich nicht im geringsten, da diese erst zum Tragen kommen, wenn das nächste Gehalt eintrifft und die Kosten bereits erledigt sind. Nach einem Jahr. Nur das Nötigste hat er als Schwundgeld auf der Bank. Gerade so, dass es ungefähr für einen Monat reicht. Damit ist der Verlust kaum vorhanden. Es gab für ihn nie eine Flucht in Sachwerte. Er konnte sie sich ohnehin jederzeit leisten. Aber unnötig muss er sein Vermögen dem Schwund nicht aussetzen. Sein Kaufverhalten hat sich nicht verändert, nur die Verwaltung. Seine Veranlagung ist in verschiedenen Fonds außerhalb des Kronenbereichs breit gefächert. Sie beinhalten nicht mehr oder weniger Edelmetalle als vor einem Jahr. Die unteren beiden Lohngruppen werden im nächsten Beitrag behandelt. Bis dahin danke ich für Ihr Interesse. Be Capital Be Be Bill Be 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 Untertitelung des ZDF, 2020